auf zu einer neuen runde immer ins blaue licht ich bin echt gespannt auf die lanze das munition da aber brauchen wir ja noch nicht das ist schon krass dass man wo war da noch einer ok hinweis aufdecken das ist schon krass dass man mit manchen waffen gut spielen kann und mit manchen waffen nicht so hier ist auch noch mal munition ich habe noch keinen einzigen schuss abgegeben bei mir ist auch alles voll aber ich überlege diese schalldämpferwaffe da kam ich eine zeit lang ganz gut mit klar aber ich merke halt immer wieder wenn gegner da sind dann wird es halt ein bisschen schwierig dann bin ich da nicht so begeistert von wobei damit hast aber auch schon welche gekillt ja stimmt muss halt näher dran seien wahrscheinlich das sieht richtig geil aus wie du vor mir herläuft mit dem anzug ja und der fetten lanze ja enden ist eine saatmutter eine Schwarmmutter so wie sich das anhören muss, wenn man sagt ich habe sie weggemacht genau, voll mies oh, hier ist zu gehe ich mal von oben rein ah, du bist schon drin, ok du bist auch da ja, kannst ruhig klären ich schaue mich hier mal um hier ist eine Kasse oh, 50 ja, manchmal lohnt es sich zu gucken jawohl auch 50 gekriegt schöne Endzeit Musik Musik erinnert mich ein bisschen an Bioshock irgendwie ja, stimmt oh hast du diesmal eine lautlose Knarre, nee, oder? nee, diesmal habe ich nur Fett die fetten Bums, sie ist hier oh, rechts zu spät hat mich erledigt ich habe noch nicht mal was gesehen also droht Scheiße, Scheiße hmm ich gehe mal rundum herumspazieren jetzt habe ich auch recht Waffen für sowas wie schnell der mich erledigt hatte ja ein Schuss jetzt müsste man wissen ob sie irgendwie bei dir sind ich höre irgendwie hinter dir laufen meinst du den da? ne ich höre irgendwie Schritte da ist er ach du scheiße das ist ja ein Schrott drauf voll Schrott scheiße ja okay wenn er nah dran ist dann ist es wahrscheinlich ganz geil ne ach Junge wieviel das lange braucht der denn da ist er in zwei Scheiße scheiße schade aber okay war ein